Also wenn es ruhig ist, dann wird es interessant. Irgendwas hat er auf der Fälle. Ui, ich darf noch mal spielen heute. Ja. So, jetzt probiere ich mal wieder aus, wie sich das leckt. Solange du es den Last wie der eine eben so, den wir da hatten, der schon im Chat gesagt hat, ihr müsst mir helfen, sonst bin ich sehr schnell tot. Und dann hat er den Kinder gesehen und hat diskonnectet. Geil. Ja. Ich habe schon mal einen Herzschlag. Kurz gehabt. Oh, ich auch. Der Kinder hat auf jeden Fall Glücksdiensees an seinen Haken umhängen. Glücksdiensees. Ja. Ach, diese Zerowski-Steine. Ja. Und diese Puppen und sowas. Die hängen hier auch an den Haken. Das sind Glücksteile. Hängt euch normalerweise der Killer auf und nicht das Spiel? Ne, manchmal hängt sich sogar das Spiel auf. Dann war der Killer einfach zu effektiv. So, ein Totem ist jetzt gleich weg, aber leider kein Hextotem. Oh, wir haben den Trapper. Ah, Trap, Trap, der Trapper. Trap, Trap, ähm. Okay, es scheint kein Ruin zu sein. Dann ist irgendwas anderes Schönes, Böses. Sebastian, Phobia. Ähm, okay. Was ist denn das? Kann sein, dass das, äh, uns, wenn wir das falsche Hext, äh, falsche Totem kaputt machen, gefährdet, äh, gibt. Trap, Trap. Sprich, wir wählen dann One-Hits. Hm. One-Hit-Wanders. Danke. Bitte. Okay, irgendwer wird jetzt gleich... Ah, toll, unten im Killer, ernsthaft. Ja, klar. Oder das Ding macht einfach nur, dass wir langsamer reparieren, das kann auch sein. Kann sein. Okay, er versucht sich selber zu befreien. Das hat schon jemand unten vor euch? Nein, ich bin am Generator. Tito. Okay, dann gehe ich mal runter. Wenn ich es rechtzeitig schaffe. Ich würde behaupten, du hast es geschafft. Ja, hab ich, aber jetzt kommt der andere runter. Neues DNC in Breakpoint? Echt? Nein, das klingt so. Äh, aber das ist schon der neue Season Pass, glaube ich, oder? Oh, da liegt er wieder. Warum versteckt er sich im Schrank? Ja, ich habe mich auch im Schrank versteckt. Ich hoffe jetzt, dass er nicht den anderen Schrank drückt. Na ja, war ja klar. Alter. Alter. Auf einmal ist der Fähigkeits-Check-Dings super klein. Vielleicht ist das das nicht runtergehen, der kommt gerade hoch. Ja, ich bin in der Nähe und hab's allen mit dir. Gehst du, oder soll ich mit? Ich bin in der Nähe. Patschlag ist weg. So, 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 so. Lassen Sie sich nicht hören, junge Dame. Danke. Sondern laufen Sie raus. Links abbiegen. So. Hier, irgendwo. Ja, warte, lass uns doch mal... Ach, geh. Ja? Ja? Ja, ich versuch's. Was? Aber irgendwie... Ist das mit den Versuchen einfacher als gesagt. So. Danke. Bitte. So, geht das. Ich war doch von... Genau, oder? Oder hinten? Oh Mann, geh doch mal weg. Oh Mann, geh doch mal weg. Sam Fischer. Aus Splinter Cell. Oh. Oh. Ja. Der mag sie Leute draußen. Ja, offensichtlich gibt die extra Punkte, würde ich behaupten. Mhm. So wie ich kenne, das stimmt schon durch, ne? Oh, ich geh mal ein Bambel holen. Ja, mach das mal. Dann bleib ich hier und dabei. Ja, ich hab grad ne Falle gefunden und auf dem halben Weg herzchlagen. Ja, ich hab auch... Oh, der ist hinter mir her. Oh, ah! Warte, dachte. Ja, dann. Wollen wir doch erst mal, wenn wir runter. Grazie. Bitte. Nicht links. Okay, der stellt irgendeine Falle irgendwo auf. Ich bin hinter dir für Heilung, ne? Sag nur Bescheid. Oh. Oh! Oh, danke. Bitte, bitte. Was tut er? Oh, geil. Insta-Kill. Okay, wir wissen, was er fährt. Na, dann bin ich halt auch raus. Die Frage ist, ob er das jetzt noch zweimal machen kann. Keine Ahnung. Ne, im Endeffekt haben wir zwei Generaturen gemacht. Ganz schlecht wäre der jetzt noch, ähm, das Dings-Perk. War gut, dass du mitgespielt hast. Äh, gefreut. Hm. Hat sich ja total gelohnt jetzt mal. Nice. Äh, läuft in die Richtung, wo du läufst. Na gut. Schauen wir uns mal um. Spiele, die das Spiel haben, können bis zu drei weitere Leute einladen. Die können dann mitspielen, auch wenn sie das Spiel nicht haben. Oh. Ich mag solche Spiele. Um welches Spiel geht's grad? Ich glaub, Breakpoint, oder? Vermute ich auch. Macht den Generaturen zuerst, wer ich hab. Oder auch nicht. Bitte. Go, Street in Breakpoint. Yep. Okay. Auch wenn ich nicht hier komme, ich kriege meine Punkte durch Totems. Was macht der? Der pimmelt die ganze Zeit bei mir da hinten rum. Ja, der kämpft die ganze Zeit bei Pimmel rum. Jetzt liegt er noch fallen, ja schön, danke. Man kann jetzt auch Good-Shooter-Part abschalten, okay, das ist ein Good-Shooter. So was wie Division zum Beispiel. Ah, okay. 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 Tja, du süßst mich, aber ich bin nicht mehr da. Sagt er und wird vom Kedowoddern. Ja. Da schau ich lieber Bremble zu, das ist nicht so gelerbend. Ja, verdammt. Er ist nicht... Wie oft hast du mich schon gehangen, satt? Das ist jetzt mein erstes Mal, glaube ich. Ah, okay. Ich schreie doch ganz jungfräulich, also das ist mein erstes Mal. Jetzt habe ich hier noch irgendwas... Ach, nee. Nee. Jetzt kommt er gerade zu dir, ich weiß nicht warum. Warum nur. Wer denn gerade hinter dir ist, sagt Bescheid, dann versuche ich einen Flugversuch. Ja, aber der ist noch ein bisschen weg von mir, der sieht mich glaube ich noch nicht. Der folgt mir nur... Äh, der folgt nur den Spuren. Ich laufe einen Bogen und komme zu dir. Okay. Ich seh dich. Okay. Das ist den selben Weg zurück, den ich gekommen bin. Ich laufe in die andere Richtung. Aufteilung und so. Zumindest teilen kann ich mich... Ich weiß nicht, ob du es kannst. Nein, kann ich nicht. Ach, verdammt. Das ist auch egal. Äh, er kommt in deine Richtung. Das ist auch klar. Oh, komm, korrigiere, deine Richtung ist meine Richtung. Lauf, Gott, lauf. Juhu. Das ist auch knapp. Oh, Gott. Kennt ihr dieses Spiel? Adrenalie? Ja, ich kenne es. Ja, stimmt. Das ist eigentlich schon ein Taktik-Shooter. Also, das ist nicht so sinnlos rein und rumbannert. Dann bleibt es nicht so gut. Oh, er kann wieder Taktik nutzen. Also, genau da ist. Aha. Aha. Wird es nicht fallen? Ja, das hat er bei mir fallen. Ah, er kann öfters... Äh, Bond-Train. Jetzt seh ich die Trapper-Trader-Reihe auch mal. Ja, die ist total langweilig. Ja, aber ich habe sie nur... Wenn, dann schon vor ein paar Jahren das letzte Mal gesehen. Ja, genau. Go, Bambel. Go, Bambel. Du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Verteidige unsere Ehre. Oder auch nicht. Flüchte mit unserer Ehre. Also, genau. Tschüss. Wenigstens ist einer. Juhu. Eine Person ist entkommen. Ja, dann. Herzlichen Glühstrumpf.